Den Oberfuchs rüber, den müssen wir auch einmal desinfizieren, der hat immer sehr schmutzige Gedanken. Can I see your hands? Ich habe ein Bibi. Der hat ein Bibi. Der Doppelstuhl wird übrigens nach jeder Benutzung auch desinfiziert. Ja, hier ist der euer Berater. Der hat bei seiner Lieblings-Sendung... ...Tobel Söder-Bahn! Den Oberfuchs rüber, den müssen wir auch einmal desinfizieren. Der hat immer sehr schmutzige Gedanken. Jetzt sind wir safe. Ich komme gleich nochmal. Ach, ja? Ist das nicht schön? Den Gag mache ich jetzt nicht. Das ist eine ganz seriöse Geschichte hier bei uns bei The Press of Germany. Super, ja. Video Notes, ja. 2